Canon hat die DSLR komplett eingestellt. Herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Edmund Rätsel hier. Los geht's. Canon, eine der größten, wenn nicht die größte Kameraherstellungsfirma überhaupt, stellt die DSLR komplett ein. Und was ich dir mitgeben will, ist die Idee bzw. das Verständnis, dass sich der Markt immer wieder bewegt, wandelt und man sich dementsprechend anpassen muss. Canon ist mit der DSLR, mit den Spiegelreflexkameras, quasi erst zu dieser größte gekommen. Den Schritt zu sagen, okay, wir stellen überhaupt gar keine mehr her, ist extrem groß. Und es werden wahrscheinlich viele andere Hersteller jetzt nachziehen. Und natürlich kann sowas auch nach hinten losgehen, aber wir werden natürlich die, es wird zu der spiegellosen Kamera komplett wechseln. Was du für dich da jetzt beachten musst, ist, wenn eine so große Firma einen solchen Schritt gehen kann, also du weißt ja, man macht sich ja nicht diese Gedanken, aber so eine große Firma, die ist nicht wendig. Wenn die etwas beschließen, dann muss das erstmal zu dem Meeting, zu dem von Leuten durchgewunken werden und Gremium und was weiß ich da, was da alles besprochen werden muss, bis das dann im vierten, fünften Quartal dann irgendwann beschlossen wird. Nee, das geht halt nicht so schnell. Du aber als Solo-Selbstständiger oder Chef eines kleinen Teams, du bist wendig. Du kannst schnell Sachen beschließen, du kannst heute sagen, wir machen dies, wir machen das. Du hast die Möglichkeit, schnell Entscheidungen zu treffen und schnell dein Unternehmen nach vorne zu bringen. Und wenn es Canon schafft, eine so große Entscheidung so schnell durchzubringen und zu sagen, ey, das war's jetzt, weil zur aktuellen Zeit werden immer noch Spiegelreflexkameras wunderbar genutzt. Es gibt extrem viele Objektive, viele Leute, die noch die Objektive nutzen und vielleicht sogar noch jahrelang gerne eine Spiegelreflexkamera haben wollen, einfach einen modernen oder sowas, weil die da vielleicht gar nicht so diesen Unterschied jetzt bemerken oder sagen, okay, das reicht mir eigentlich. Also die Nachfrage wäre noch da. Ja, die würden da wahrscheinlich noch was verkaufen. Aber die sagen, nee, wir wollen sofort den Cut machen, wir machen jetzt auch nur noch spiegellose Kameras, wir gehen sozusagen mit dem Markt, mit der Zeit. Und das solltest du für dich auch tun, dass du überlegst, okay, Fotografie oder das Fotografiegeschäft ist halt nicht mehr so, wie es war oder ist, es reicht nicht nur aus, gute Fotos zu machen, es reicht nicht nur aus, von Mundpropaganda und Empfehlungen zu leben. Der Markt ändert sich. Es wird alles digitaler, Empfehlungen, Mundpropaganda durch Kontaktbeschränkungen funktionieren nicht mehr so gut und du musst bei deiner Zielgruppe, bei den Leuten, wo du dich gerne präsentieren willst, einfach sichtbar sein. Sei es jetzt auf dem Smartphone, sei es jetzt auf dem PC, sei es jetzt auf dem Tablet, du musst die Leute dein Angebot regelmäßig sichtbar machen. Und das ist bei dir tatsächlich viel einfacher als bei solchen großen Unternehmen. Du kannst einfach sagen, okay, ab morgen gehe ich die ganze Sache an. Ja, da ist nicht nochmal hier Abteilungsleiter, Geschäftsführer oder was weiß ich da, was man da noch absprechen muss. Du kannst einfach sagen, ich mache das ab morgen. So, und viele haben halt diese Engstündigkeit zu sagen, nee, das hat schon immer so funktioniert und wir machen das jetzt weiter so, wie wir es immer gemacht haben. Das Problem ist, Leute, die sich nicht verändern wollen oder sich nicht dem Markt anpassen wollen, die werden halt vom Markt weggefegt, so hart das klingt. Also, du musst dich schon an dem Markt anpassen, du musst schon dein Angebot und deine ganze Firma an dem Angebot, an dem Markt anpassen, sodass die Leute es auch gerne annehmen möchten und auch sehen. Ja, das ist sehr, sehr wichtig. Bei uns und den Kunden ist es halt so, dadurch, dass wir halt so vielen Fotograf, Filmemacher geholfen haben und helfen, ja, über 300 in der Beratung, wissen wir halt, was ist jetzt gerade in Bewegung. Welche Plattformen funktionieren gut, welche Werbetexte, welche Bereiche, welche Bereiche auf welchen Plattformen. Und wenn sich was ändert, kriegen wir das ja sofort mit. Und dann kann sich dann halt der jeweilige Fotograf oder Filmemacher mit diesen Informationen schnell anpassen an der Gegebenheit. Und jeder, der bei uns zum Beispiel ist, der das auch erkannt, diese Digitalisierung, dass man sich entwickeln muss als Fotograf und nicht nur gute Fotos abliefern ausreicht. Man muss halt auch irgendwie Marketing beherrschen, man muss auch irgendwie verkaufen, beherrschen und das an den Mann bringen und die sich dort halt immer weiterentwickeln. Wenn sie bereit sind, sich an den Markt anzupassen, wenn auch jetzt, sag ich mal, schnelle Handlungen erforderlich ist, die werden halt den Großteil des Marktes für sich einnehmen oder die Stadt, die Region, die Anfragen, die halt da reinkommen. Und deswegen, ja, bleib nicht auf der Strecke, entwickle dich weiter. Wenn ich auch natürlich ganz schnell da vorne entwickeln will, dann tate ich gerne für ein kostenfreies Erstgespräch bei uns ein unter www.atmosgräse.de. Freut uns sehr von dir zu hören. Bis dann. Bis dann.